... mit einem Rundersprung der Doppelschraube, Richard Cacuaito. Richard ist eine Kutobronerin, sie hat im letzten Jahr die Meisterschaft Indies und Indienhäuser bei den Jugendturnerländern gewonnen und hat ihren ersten Länderkampf hinter sich gegen Japan über ihr sauberer Bestand, Richard Cacuaito. Richard Cacuaito Applaus Applaus Nächste Startein mit den Armstuhl bei der Künstlerin, die Westen, der Jahrhundert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.